Die Hochzeit von Prinzessin Theodora von Griechenland und ihrem auserwählten Messio Kuma war eines der bedeutendsten Ereignisse des griechischen und europäischen Königshauses in den letzten Jahren. Nach langer Wartezeit und mehreren verschobenen Terminen fand die Hochzeit schließlich am 28. September in Athen. In der imposanten Metropolitankathedrale Stadt, wo 1962 auch König Juan Carlos und Königin Sofia von Spanien getraut wurden. Die Feier war prachtvoll und geprägt nicht nur von königlichem Glanz, sondern auch von zahlreichen rührenden Momenten. Die Hochzeit von Theodora hätte bereits vor einigen Jahren stattfinden sollen, doch das Schicksal entschied anders. Ihre Zeremonie wurde aus verschiedenen Gründen dreimal verschoben, die Pandemie und später der Tod ihres Vaters, König Konstantin, zwangen die Familie, die Pläne zu ändern. Doch trotz aller Schwierigkeiten gaben sich Theodora und Messio endlich das langersehnte Jahrwort vor zahlreichen Mitgliedern europäischer Königshäuser und engen Freunden. Prinzessin Theodora, die letzte unverheiratete Tochter von König Konstantin und Königin Gannemarie, glänzte bei der Zeremonie in einem prachtvollen Hochzeitskleid der bekannten griechischen Designerin Silja Kriteriuti. Das Kleid beeindruckte durch seine Opulenz und Eleganz, verziert mit handgefertigten Stickereien und traditionellen Elementen. Doch damit war die Hochzeitsmode noch nicht vorbei, nach der Zeremonie wechselte Theodora ihr Hochzeitskleid und erschien in einem weiteren beeindruckenden Werk derselben Designerin für den abendlichen Empfang im luxuriösen Hotel One & Only in Glyphada. Besondere Aufmerksamkeit galt dem Kopfschmuck der Braut. Theodora wählte das legendäre Diadem der Jedive von Ägypten, das einst der schwedischen Königin Margret von Conout gehörte, einer Großmutter der schwedischen Königsfamilie. Es war ein Symbol der Verbindung zwischen den Generationen und unterstrich ihre königliche Herkunft. Bei der Hochzeit waren zahlreiche Vertreter europäischer Königshäuser anwesend, darunter die spanischen Infantinnen Elena und Christina sowie ihre Mutter, Königin Sophia. Elena und Christina zeichneten sich, wie immer, durch ihren makellosen Stil aus. Infanta Elena wählte für die Veranstaltung ein klassisches dunkelblaues Kleid mit Polkaduts, das großartig aussah. Königin Sophia erstrahlte in einem leuchtend pinken Kostüm des spanischen Designers Alejandro de Miguel und zog mit ihrem raffinierten Geschmack alle Blicke auf sich, was erneut beweist, dass sie eine der stilvollsten revalen Persönlichkeiten bleibt. Unter den Gästen befanden sich auch Prinz Christian von Hannover und seine Frau Sasser de Osmar sowie die erste Frau von Prinz Ernst August Chantal Hochuli. Trotz der Abwesenheit einiger bedeutender Persönlichkeiten, wie König Felipe von Spanien und König Frederik von Dänemark, blieb die Atmosphäre warm und familiär. Die Hochzeit von Prinzessin Theodora war voller emotionaler und rührender Momente. Einer dieser Momente ereignete sich vor dem Eingang der Kathedrale, als ihre Mutter, Königin Gannemarie, das Kleid ihrer Tochter sorgsam zurechtrückte, bevor das Paar vor die Menge der Gäste und Fotografen trat. Diese liebevolle Geste einer Mutter zauberte ein Lächeln auf die Gesichter aller Anwesenden und unterstrich die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter. Besondere Beachtung verdiente auch die Hochzeitsdekoration. Die weißen Rosen, die die Kathedrale schmückten, dienten nicht nur als Dekoration, sondern wurden zum Symbol der Einheit und Reinheit. Nach der Zeremonie hatten alle Gäste die Möglichkeit, die Blumen als Andenken mitzunehmen. Dieses kleine Detail verlieh der Atmosphäre Wärme und machte die Hochzeit für jeden Anwesenden unvergesslich. Nach dem offiziellen Teil begaben sich alle in das Fünf-Sterne-Hotel Won und Onli am Strand von Glyphada, wo der festliche Empfang stattfand. Dieser Ort wurde nicht zufällig gewählt. Hier befand sich einst der berühmte Club The Stars, in dem Königin Sofia und König Juan Carlos ihre Hochzeitsfeuer abhielten, was der Veranstaltung eine besondere symbolische Bedeutung verlieh. Einer der Höhepunkte war die traditionelle Zeremonie des Anschneidens der Hochzeitstorte, die von dem bekannten Lied This Will Be, An Everlasting Love, von Nathalie Kohl begleitet wurde. In diesem Moment tanzte Messio, wie eine Figur aus einem Märchen, fröhlich und lachend, und zog alle Anwesenden mit seiner ausgelassenen Stimmung mit. Sein spontaner Tanz zu der schwungvollen Musik wurde mit einem tosenden Applaus bedacht und machte die Atmosphäre des Abends noch entspannter. Ein weiteres nicht unbemerktes Detail war die Geste von Königin Gannemarie, die bei diesem festlichen Anlass ein Diamantenkreuz trug, das sie an ihrem eigenen Hochzeitstag mit König Konstantin getragen hatte. Auf diese Weise ehrte die Königin das Andenken an ihren Ehemann, der weniger als zwei Jahre vor der Hochzeit verstorben war. Es war ein bewegender und symbolträchtiger Moment, der die Wichtigkeit der Familie und des Erinnerns an den verstorbenen König verdeutlichte. Die Hochzeit von Prinzessin Theodora und Messio Kumar war ein wahrhaft königliches Ereignis, erfüllt mit Symbolen, Emotionen und bedeutenden Details. Trotz der Abwesenheit einiger prominenter Persönlichkeiten hob diese Feier hervor, dass die Familie und die engen Freunde das Wichtigste sind. Jeder Gast trug seinen Teil zur besonderen Atmosphäre bei, und das Fest wurde zu einem Ereignis, das nicht nur in Griechenland, sondern weit über seine Grenzen hinaus in Erinnerung bleiben wird.